Moin Moin, lieber Accora Media Besucher. Es ist März und hier kommt der Gewinner für den Monat Februar. Es ist Regniator Xerda. Ich frage mich immer, wer kommt auf solche Namen? Aber egal, Regniator Xerda hat gewonnen. Die 20 Euro Amazon Gutschein für den Monat Februar. Und das freut mich für ihn. Herzlichen Glückwunsch. Kommen wir nun zu den neuen Formalitäten. Ich bitte dich, schick mir bitte eine E-Mail über deinen YouTube-Kanal an projekt.acoramedia.de Nicht nur die E-Mail schicken. Schick mir bitte auch deine Anschrift mit, damit ich weiß, wohin ich den Gutscheincode schicken kann. Ich drücke ihn dann aus, tüte ihn ein und mehr oder weniger schnell ist er dann bei dir. Für diese Aktion, dich zu melden, hast du ab Erscheinen dieses Videos sieben Tage Zeit. Solltest du in sieben Tagen mir keine Mail geschickt haben, solltest du in sieben Tagen keine Anschrift rübergebracht haben, verfällt dein Anspruch auf diesen Gutschein von Amazon. Dann verlose ich einen neuen Gutschein. Und die Person hat dann wieder sieben Tage Zeit, mir zu schreiben über das YouTube-Konto. So, das war ein recht kurzes Video. Es gibt ein weiteres Video über das neue Gewinnspiel im Monat März. Aber wie das ablaufen soll, das muss ich mir noch überlegen. Das dauert ein bisschen. Aber wie gesagt, bist du das erste Mal auf diesem Kanal, denn freue ich mich, wenn du Abonnent wirst. Sollte dir dieses Video auch noch gefallen haben, dann freue ich mich natürlich genauso über einen Daumen hoch. Und ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Video. Heute ist Donnerstag. Morgen kommt schon wieder ein neues Video raus, weil es ist Friday. Und das Video gehört zur Serie Traffic Friday. Es ist auch ein bisschen lang geworden, aber ich hoffe, ich kann euch da genau rüberbringen, warum, wie sagt man, Abonnenten, Besucher, Kommentare, wie das alles ein bisschen zusammenhängt und was es euch auch bringt und mir natürlich auch. Da hat ja jeder was von, der auf YouTube ist. Und auch mal so ein kleines Beispiel, was gute YouTuber damit gemacht haben oder daraus gemacht haben und was sie verdienen. Also denkt dran, Freitag wieder reinschauen zum Traffic Friday. Ich sage mal Tschüss, euer Eckart, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.